Wer kennt das Problem nicht? Man genießt gerade eine schöne heiße Dusche und dann auf einmal fließt das Wasser nicht mehr richtig ab und man steht mit den Füßen schon in einer Pfütze. Was ist passiert? Ganz klar, der Abfluss ist verstopft. Aber nicht nur in der Dusche, auch im Spül- oder Waschbecken ist eine Verstopfung ärgerlich. Die gute Nachricht, man kann hier mit einigen Hausmitteln und Tipps zu Leib rücken. Die schlechte, das kann unter Umständen etwas eklig werden. Aber vom Maulen ist bisher noch keine Baustelle fertig geworden, also legen wir einfach mal los. Der erste Schritt besteht eigentlich immer darin, erstmal die groben Verschmutzungen, besonders Haare und Seifenreste, die sich im Abfluss gesammelt haben, zu entfernen. Das ist keine schöne Arbeit, aber äußerst wichtig. Vielleicht ist danach auch schon eine kleine Verbesserung festzustellen. Wenn nicht, sitzt die Verstopfung vermutlich tiefer, nämlich im Siphon. Um solch eine Verstopfung dann zu lösen, gibt es verschiedene Hausmittel. Die erste Möglichkeit, der gute alte Pömpel. Kennt sich ja jeder und hat auch wahrscheinlich jeder von euch. Mit ein bisschen Muskelkraft kann man mit dem Pömpel ständig wechselnden Druck erzeugen und so Ablagerungen wie Haare, Essensreste oder anderen Dreck lockern. Dafür dichtet ihr einfach weitere Öffnungen, zum Beispiel einen Überlauf mit einem feuchten Handtuch ab und setzt dann den Pömpel mittig auf den Abfluss. Lasst so viel Wasser in das Waschbecken oder die Dusche laufen, dass der Gummiteil des Pömpels komplett von Wasser überdeckt ist. Dann müsst ihr den Pömpel nur noch abwechselnd auf und ab bewegen. Achtet dabei darauf, dass ihr ihn nicht komplett vom Abfluss nehmt, da sonst kein Druck aufgebaut werden kann. Nach einigen Durchläufen könnt ihr den Pömpel nochmal entfernen und testen, ob das Wasser wieder gut abläuft. Wenn nicht, geht's auf zur zweiten Runde. Also nochmal im Schnelldurchlauf. Öffnung, zum Beispiel einen Überlauf mit einem feuchten Handtuch verschließen, Pömpel mittig aufsetzen, Becken mit Wasser füllen, bis die Gummiglocke bedeckt ist. Dann Pömpelstiel auf und ab bewegen und testen, ob die Verstopfung beseitigt wurde. Ist die Verstopfung auch nach mehreren Durchläufen noch nicht komplett beseitigt, könnt ihr Tipp Nummer 2 ausprobieren. Natron und Essigessenz. Beide Mittel können im Haushalt für unzählige Anwendungen genutzt werden. Kombiniert man die beiden, werden sie zu einer Waffe gegen verstopfte Abflüsse. Die Mischung von Natron und Essig löst eine chemische Reaktion aus, bei der Kohlenstoffdioxid entsteht. Diese Reaktion könnt ihr sogar hören, denn das Sprudeln im Abflussrohr erzeugt eine Art schäumendes Rauschen. Das freigesetzte Gas dehnt sich aus und sorgt dafür, dass die Verstopfung gelockert wird. Wenn das Sprudeln nachlässt, so etwa nach 5-10 Minuten, solltet ihr mit mindestens einem Liter kochendem Wasser nachspülen, damit die gelockerten Verschmutzungen weggespült werden. Noch ein Tipp, wenn ihr den Abfluss während der Einwirkzeit mit einem feuchten Lappen abdeckt, erhöht ihr die Wirkung, weil das Gas nicht so schnell entweichen kann. Wenn ihr keinen Natron zur Hand habt, könnt ihr übrigens auch einfach Backpulver verwenden, das auch hauptsächlich aus Natron besteht. Und hier das Ganze nochmal in Kurzform. 3-4 Esslöffel Natron in den Abfluss geben, eine halbe Tasse Essigessenz langsam dazugießen, einen feuchten Lappen auf den Abfluss legen, nach 5-10 Minuten, wenn das Sprudeln aufhört, mit einem Liter kochenden Wasser nachspülen. Bei Bedarf wiederholen, wie immer. Achtung, sucht man im Internet nach Tipps gegen verstopfte Abflüsse, trifft man immer wieder häufiger auf den Tipp, Kaffeesatz in den Abfluss zu geben. Das kann aber leider auch kontraproduktiv wirken und die Verstopfung sogar noch verschlimmern. Wenn das Kaffeepulver trocknet, wird es nämlich zu einem harten Brocken und kann dann auch die letzten Lücken im eh schon Verstopfen Abfluss verschließen. Wenn das Wasser wirklich kaum noch oder gar nicht mehr abfließt, handelt es sich wahrscheinlich eher um einen richtigen Verschluss, einen sogenannten Propfen. Um solch einen Verschluss zu beseitigen, könnt ihr eine Rohrreinigungswelle oder Abflussspirale nutzen. Das ist eine lange, biegsame Metallwelle, die 1-2 Meter lang ist. Auf dem hinteren Ende hat sie eine Handkurbel oder auf dem vorderen Ende einen Bohrkopf oder auch manchmal eine Bürste, mit deren Hilfe ihr die Verstopfung durchbohren und zersetzen könnt. Bei der Anbindung solltet ihr allerdings sehr vorsichtig sein, da ihr das Rohr sonst beschädigen könntet. Wollt ihr es dennoch versuchen, solltet ihr so vorgehen. Führt die Spirale durch den Abfluss in das Rohr ein bis zur Verstopfung, dreht dann an der Kurbel und bewegt die Spirale vor und zurück. Der Kopf der Spirale bohrt sich dann langsam durch den abgelagerten Schmutz und entfernt so die Verstopfung. Hilft auch die Spirale nicht mehr weiter, bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ihr müsst den Siphon ausbauen und reinigen. Der Siphon ist der geschwungene Teil des Abflussrohrs unter dem Waschbecken. An der tiefsten Stelle lagern sich sehr gerne Verschmutzungen ab. Die Reinigung des Siphons ist leider keine schöne Arbeit, da er auch als Geruchssperre dient. Er entfernt ihn, kann nämlich auch ein strenger Geruch entgegenschlagen. Aber so kommt ihr am einfachsten an die Verstopfung heran. Also Wäscheklammer auf die Nase und los geht's. Mit einem Eimer unter dem Rohr kann man einfach die Muttern lösen, das Siphon losrütteln und dann nach Belieben drin rumstochern. Und wenn du dir die handwerkliche Arbeit sparen möchtest oder die vorherigen Methoden dir nicht weiterhelfen konnten, haben wir hier genau das Richtige für dich, den Green Hero Abflussreiniger. Von diesem gebt ihr einfach je nach Grad der Verstopfung 100ml in den Abfluss und spül nach 15 Minuten mit viel Wasser nach. Hilft das noch nicht, probiert es mal mit 200ml und 30 Minuten oder noch höherer Dosierung. Und ihr könnt den Abfluss im Handumdrehen wieder frei bekommen. Der Green Hero Abflussreiniger ist chlorfrei und kommt ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Aerosole aus. Dadurch ist er auch für alle Siphons, Rohre und Abflüsse aus Edelstahl und Kunststoff geeignet. Andere industrielle Reiniger haben ja häufig den Nachteil, dass sie starke chemische Reaktionen mit viel Wärmeentwicklung verursachen. Wodurch sie dann natürlich Kunststoffrohre auch beschädigen können. Aber das ist bei unserem Mittel nicht der Fall. Damit es aber in Zukunft gar nicht erst so weit kommt, könnt ihr einige Dinge zur Vorbeugung tun. Setzt in Waschbecken und Duschen ein Haarsieb ein, um nicht die Haare direkt in den Abfluss gelangen zu lassen. Macht das Haarsieb oder den Verschluss eures Abflusses regelmäßig sauber. Am besten lasst ihr es einfach zur Routine eures normalen Hausputzes werden. Und in der Küche solltet ihr auch besonders darauf achten, dass möglichst wenig größere Essensreste in den Abfluss gelangen. Auch die beschriebene Essig-Backpulver-Variante könnt ihr regelmäßig anwenden, um Verstopfung gar nicht erst entstehen zu lassen. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch frohes Pömpeln und noch eine weitere schöne Woche.